Herzlich willkommen zu einem Infovideo bezüglich Projekt Aura. Wie ihr lesen könnt, wird es eine kleine Änderung geben. Ich hatte es ja schon im Let's Play angekündigt. Aura wird jetzt jeden zweiten Tag erscheinen. Beginnend ab morgen Dienstag und dann halt Mittwoch keine, dann wieder Donnerstag und immer im Wechsel. Da werden noch so 10-15 Folgen. Könnte es eventuell noch werden. Ich schau mal, wie weit wir da kommen. Bisschen mehr wollte ich dann halt noch zeigen bezüglich auf Rohstoffe und Nahrungsmittelproduktion. 30 Minuten Folgen ist natürlich auch eine Hausnummer. Die zu wuppen jeden Tag geht so schwierig. Das eine oder andere Let's Play ist fertig aufgenommen. Nebenbei muss ich dann halt auch noch alles hochladen und so weiter und so fort. Da war lange Rede gar keinen Sinn. Ab sofort Projekt Aura. Erstmal nur noch jeden zweiten Tag und dann schauen wir mal, wie weit wir in dieser zweiten Staffel kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen dann. Ciao.